Online Geld verdienen mit Amazon und zwar mittelfristig 1000 Euro oder sogar noch viel mehr pro Monat. Das funktioniert und ich zeige dir nicht nur detailliert wie genau, sondern sogar noch nebenbei, wie du dir ein zweites Standbein aufbauen kannst, mit dem du online jeden Monat Geld verdienen kannst. Also bleib auf jeden Fall dabei, es lohnt sich. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Ich habe viele, viele Anfragen von euch bekommen zum Thema Affiliate Marketing und wie man da am besten einsteigen kann. Einige Videos habe ich dazu auch schon gemacht und heute möchte ich euch eine komplette Strategie, die sich extrem gut auch für Anfänger eignet, vorstellen, die es euch ermöglicht, 1000 Euro mittelfristig und vielleicht sogar noch viel, viel mehr mit Affiliate Marketing zu verdienen und zwar mit Amazon, mit dem Amazon Partner Netzwerk genau genommen. Und ihr könnt sogar gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn ich verrate euch, wie ihr das Ganze mit eurem YouTube Kanal so verbinden könnt, dass ihr gleich doppelt verdient. Und das alles, wie üblich, Schritt für Schritt mit Sprungmarken in der Videobeschreibung. Also eine Komplettanleitung zum sofort online Geld verdienen. Wenn ihr solche Videos mögt, dann freue ich mich natürlich über ein Like und natürlich erst recht über ein Abo meines Kanals, denn montags und donnerstags kriegt ihr hier quasi auf dem Silbertablett serviert immer neue Ideen und komplette Strategien zum Geld verdienen im Internet und zum smarten Investieren. Ich würde mich jedenfalls total darüber freuen. Also Schritt für Schritt geht's los. Ich erkläre euch, wie ihr es schaffen könnt, zum Beispiel so viel Geld zu verdienen, wie dieser Kanal hier, Genron Tech bei YouTube. Das ist jetzt hier momentan Social Blade, die Übersicht. Und dieser Kanal verdient 6600 Euro pro Monat geschätzt, das heißt fast 80.000 Euro pro Jahr und zwar nur mit seinen YouTube Werbeanzeigen. Und das Spannende ist, dieser Kanal verbindet seine Videos und das zeige ich euch jetzt mal hier. Das ist eines der Videos. Da geht es um 5 Smart Products You've Never Seen Available on Amazon. Er verbindet also seine Videos, wo er coole Gadgets vorstellt, mit Affiliate Links, das sieht man hier in der Videobeschreibung, zu den direkten Produkten, die er oben im Video vorgestellt hat. Und das ist die clevere Strategie. Das heißt, er ist angemeldet als Affiliate bei Amazon, kann also prozentuale Anteile bekommen, also eine Provision für jedes Produkt, was er verkauft über Amazon und hat gleichzeitig auch noch eine Monetarisierung seines YouTube-Kanals, wo er, wie ich gerade gezeigt habe, über 6000 Euro Einnahmen hat regelmäßig. So viel wirst du am Anfang natürlich nicht haben, aber ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du genau solche Videos, die extrem gut funktionieren und extrem gut konvertieren und auch sehr, sehr gerne gesehen werden, mit ganz einfachen Schritten, ohne dein Gesicht zu zeigen, einfach nachmachen kannst. Und du siehst hier, dieses Video ist vom Januar 2020. Das hat 5,8 Millionen Aufrufe. Ja, das ist also fast unfassbar. So viel wirst du auch am Anfang nicht haben, aber ich zeige dir, wie du genau so etwas aufbauen kannst, ohne viel Aufwand reinzustecken. Du musst sogar noch nicht einmal selbst das Video vertonen oder irgendeinen Film drehen. Das klingt gut, das ist auch gut, aber alles Schritt für Schritt. Wir fangen an mit Amazon und wir gehen auf das partnernet.amazon.de. Das ist das Amazon Partner Netzwerk und da hast du die Möglichkeit, dich anzumelden und zu registrieren und dann kannst du, das ist das Prinzip, eben Produkte empfehlen und zwar jedes beliebige Produkt, was es bei Amazon auf diesem mega großen Online-Store gibt und für jedes Produkt, was über deinen Link gekauft wird, kriegst du bis zu 12% Provision. Und man kann da genau reingucken, was verdienst du und wie viel verdienst du wo pro Produktkategorie. Da gibt es Übersichten, hier siehst du alles, was im Bereich Kleidung, Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Fashion und solche Sachen sind. Da kriegst du bis zu 12% Umsatz bzw. Vergütungen sogar. Bei Videospielen sind es 10%. Also je nachdem, was es ist, gibt es unterschiedliche Provisionen. Und das Coole ist, es gibt auch sogenannte indirekte qualifizierte Verkäufe. Das bedeutet, wenn jemand über deinen Link zu Amazon geht, aber irgendetwas anderes kauft, dann kriegst du trotzdem noch eine Provision dafür. Und das bietet kein anderes Affiliate-Netzwerk. Ich habe das mal gehabt, ich habe was ganz anderes in irgendeiner ganz, ganz schrägen Nische versucht zu verkaufen und es sind Leute auf diesen Store gegangen, haben sich das bei Amazon angeguckt, haben aber was ganz anderes gekauft, zum Beispiel ein Päckchen Windeln oder so und ich habe trotzdem ein paar Euro dafür bekommen. Also das ist das Erste, was ihr machen müsst. Ihr müsst, ihr geht auf hier jetzt kostenlos mitmachen, qualifiziert euch und könnt dann für jedes Produkt auf diesem Store bei Amazon entsprechend einen Affiliate-Link generieren und dann einfach profitieren davon. Jetzt wissen wir ja, dass diese Videos hier sehr gut funktionieren, also irgendwelche coolen Gadgets. Wie finde ich also jetzt irgendwelche Gadgets? Ganz einfach, wir gehen auf Amazon in den Store und gibt es in der Suche zum Beispiel ein Coole Gadgets. Und dann gibt es coole Gadgets für zu Hause, für Männer, für Frauen, also genügend Themen, die irgendwie spannend sein könnten, um so ein YouTube-Video zu machen. Also wir suchen jetzt erstmal das, was cool ist. Ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, irgendwelche Stifte. Das ist nice hier, ein Autoreinigungs-Gel für den Innenraum. Und jetzt müssen wir gucken, gibt es dabei auch ein Video? Ja, da gibt es ein Video. Und genau das machen wir. Du suchst also bei Amazon nach coolen Gadgets, die neu sind, die kreativ sind, die man gerne vorstellen möchte. Und dann suchst du nach deinem Video, ob es ein Video gibt. Denn dieses Video werden wir jetzt ganz einfach herunterladen und in unseren eigenen Videos für YouTube aufbereiten. Jetzt sagst du zu Recht, wie ist das da mit dem Urheberrecht? Ganz streng genommen ist es tatsächlich so, dass du natürlich dieses Video nicht einfach verwenden darfst. Andererseits machst du ja Werbung für diese Unternehmen, die ihre Produkte verkaufen möchten, indem du sie ganz einfach auf YouTube bewirbst, indem du sie vorstellst. Und solange du keine negative Rezension machst und sagst, die schrecklichsten Gadgets, die es jemals auf Amazon gab, sollte kein Unternehmen damit Probleme haben. Also in der Regel wird das ganz einfach akzeptiert. Und zwar deswegen, weil es kostenlose Werbung für dieses Unternehmen ist. Trotzdem solltest du vorsichtig sein und so wie es hier beispielsweise dieser Kanal macht, in seiner Videobeschreibung schreiben, for corporate matters please contact us at. Das heißt, du schreibst schon ganz bewusst in die Videobeschreibung. Dieses Video kann urheberrechtlich geschützte Videos und Grafiken beinhalten. Wenn du da etwas Probleme mit hast, dann melde dich bitte hier unter dieser E-Mail-Adresse. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du einfach dieses Video dann wieder von YouTube entfernen musst. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr gering. Also wir haben eines dieser coolen Gadgets gefunden, nämlich dieses Reinigungsgel. Ich gehe auf das Video und dann ist die Frage, wie kann ich denn dieses Video, da sieht man hier, wie das funktioniert, so ein bisschen rumknubbeln und reindrücken und dann kann man das Ganze reinlegen. Finde ich ziemlich witzig. Und was kann ich jetzt damit machen? Ich kann dieses Video jetzt herunterladen. Wie mache ich das? Ganz einfach, ich gehe auf die Webseite clipconverter.cc und da hast du die Möglichkeit, jede beliebige URL einzugeben und entsprechend umwandeln zu lassen. Also, wir haben hier dieses Gel in diesem Video und ich kann mit der rechten Maustaste hier auswählen, Videoadresse kopieren. Genau das mache ich jetzt mal. Und dann kann ich genau diese Videoadresse hier im Clipconverter eingeben. Dann öffnet sich, nachdem ich hier auf MP4, denn ich möchte hier ein komplettes Video erstellen, eine Webseite, wenn ich auf weiterklicke. Dadurch finanziert sich das Ganze. Die klicke ich direkt mal wieder weg und habe dann die Möglichkeit, über Start dieses Video entsprechend zu generieren. Das mache ich jetzt, das dauert dann ein kleines bisschen. Und wenn das Ganze fertig ist, dann hast du dieses Video ganz einfach quasi von Amazon heruntergeladen und kannst es als MP4 in deine eigenen Videos integrieren, in deine eigenen Videos einbauen. Und wenn dieses Video dann fertig ist, dann ist es automatisch verfügbar. Dann könnt ihr es entsprechend runterladen. Das haben wir jetzt hier. Download. Zack. Und hier siehst du, ist das Video schon komplett fix und fertig runtergeladen. Ich kann mal kurz reinklicken und dann siehst du, ja genau, das ist dieses Video, was ich hier gerade mir runtergeladen habe. Dieses Video kann ich jetzt nehmen und öffne dann die Webseite openshot. openshot.org. Hier findest du kostenlos einen Open Source Video Editor. Den kannst du dir runterladen, da kannst du hervorragend Videos und Audios hintereinander schneiden. Also überhaupt kein Problem. Wenn es noch ein bisschen professioneller sein soll, dann kannst du auch das nehmen, was ich benutze, nämlich Filmora Wondershare. Das kostet allerdings einmalige Gebühr, ich glaube 69 Euro, aber dafür kannst du auch richtig, richtig coole Effekte und Bild-in-Bild-Möglichkeiten und sowas per Drag & Drop einfach umsetzen. Also das kostet etwas. OpenShot ist kostenfrei. Das ist meine Empfehlung, wenn ihr loslegen wollt, diese Videos zu bearbeiten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein kleines Audio-Overlay. Das heißt, wo kriegst du jetzt Informationen über dieses Produkt her? Logischerweise wieder von Amazon. Wir gehen hier wieder zurück auf die Videobeschreibung und kannst dann im Grunde diesen Text hier, was das ist, was das kann, einfach rauskopieren in ein Word-Dokument. Und das ist sozusagen dein Text, den du über dieses Video drüber sprechen kannst. Das Autoreinigungsgel ist perfekt zum Reinigen der Ecken und Winkel im Auto. Und wie es funktioniert, das steht dann eben alles hier. Also den kompletten Text hast du schon quasi auf dem Silbertablett serviert. Was machst du aber, wenn du jetzt das nicht einsprechen kannst oder möchtest, auch niemanden kennst und auch niemanden bezahlen möchtest? Mittlerweile, früher habe ich das nicht empfohlen, aber mittlerweile ist es so, dass künstliche Intelligenz so weit entwickelt ist, dass du zum Beispiel hier über Speechilo mittels künstlicher Intelligenz eine wirklich echt klingende, menschlich klingende Computerstimme generieren kannst. Das heißt, du kannst das Ding nutzen. Es kostet einmalig 47 Dollar, aber es ist tatsächlich, tatsächlich wert. Ich habe es ausprobiert und du hast also unterschiedlichste Sprachen. Du kannst theoretisch deinen YouTube-Kanal sogar in anderen Sprachen noch aufbauen und es ganz einfach übersetzen lassen. Aber du kannst einfach auf Deutsch das Ganze eben nutzen, schickst oder kopierst in diese Software dann entsprechend dein Manuskript hinein. Und schon bekommst du ein MP3 als Ergebnis von einer zum Beispiel Frauenstimme gesprochen, die wirklich kaum von einer echten menschlichen Stimme zu unterscheiden ist. Also, was haben wir? Wir haben fünf coole Produkte gefunden, wir haben das Video heruntergeladen, wir bearbeiten das Video, schneiden fünf Videos hintereinander von coolen Gadgets beispielsweise und gehen über Speechilo, um uns automatisch dieses Audio-File auch noch zu generieren mit dem Text, den wir ebenfalls von Amazon übernommen haben. Dann können wir das Ganze nehmen, fünf coole Gadgets, die es 2021 neu auf Amazon gibt. Gut, danach suchen die Leute nach Amazon, nach Gadgets, nach cool und schon hast du dein erstes Video in dieser Strategie erledigt. Ja, also von A bis Z eine komplette Videoerstellung. Das dauert nicht lange, es macht Spaß, selbst diese Gadgets sich anzuschauen und du hast dann die Möglichkeit, sobald du diesen Kanal aufgebaut hast und dein erstes Video veröffentlicht hast, logischerweise in jeder Videobeschreibung deine Amazon-Affiliate-Links einzusetzen. Wie gesagt, hier über das Amazon-Partner-Netzwerk. Schau dir gerne nochmal Stück für Stück diese gesamte Beschreibung an, dass du keinen wichtigen Schritt verpasst und das Tolle in dieser Strategie ist eben, du kannst sofort beginnen mit deinem allerersten Video, schon Geld zu verdienen, weil es werden Menschen auf diese Videos klicken, wenn du es geschickt anstellst und hast von Anfang an deine Affiliate-Links drin und jemand da drauf klickt, der kann, sobald er eines dieser Produkte oder auch irgendein anderes kauft, Geld dir generieren. Egal wie viele Follower und wie viele Abos du hast. Und je mehr Abos, desto mehr Videoaufrufe hast du, desto häufiger rufen diese Menschen auch deine Amazon-Partner-Links auf und wenn du viele, viele Aufrufe hast, dann monetarisierst du sogar irgendwann auch deinen eigenen YouTube-Kanal und hast dann die Möglichkeit, quasi zweifach zu profitieren. Wenn du es geschickt anstellst und natürlich ein bisschen Aufwand und Arbeit reinsteckst. Ich glaube aber, gerade diese Nische, die lohnt sich extrem. Es ist leicht gemacht, du musst dein Gesicht nicht zeigen, du kannst das Ganze kostenlos starten, kannst direkt die ersten paar Euro verdienen und je länger und je intensiver du das machst und mit jedem neuen Video kriegst du mehr Aufrufe und kannst mehr und mehr Geld verdienen. Wenn du möchtest, dann schau dir gerne mal dieses Video hier an, was ich oben rechts nochmal verlinkt habe, Geld verdienen mit YouTube, da verrate ich dir meine Strategien, wie du mehr Traffic auf deinen Kanal, gerade zu Beginn, wenn es coole Inhalte gibt, generieren kannst, damit du einfach schneller monetarisiert wirst und schneller mehr Menschen auf deine Videos bekommst. Das war's von dieser Strategie. Schau gerne nochmal ganz in Ruhe nach, wie das Ganze funktioniert. Ich verspreche dir, du wirst mittelfristig nicht nur 1000 Euro, sondern viel, viel mehr damit verdienen können. Und dabei wünsche ich wie üblich viel Spaß und natürlich Erfolg. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen.